So, wir sind direkt in der TWS. Ich bin heute direkt in der TWS eingestiegen, ohne dass ich ein Vorwort letztendlich vor der Kamera mache, hat die Bewandtnis, dass das Video relativ kurz gehalten werden soll. Ihr sollt jetzt einfach mal sehen, wie funktioniert denn so ein Cash Secured Put? Wie funktioniert das? Wie setze ich den auf? Also, als Beispiel habe ich genommen jetzt erstmal um die Zeit, es ist 12 Uhr, man kann das hier oben ja sehen, da haben die amerikanischen Börsen ja noch nicht geöffnet und deswegen habe ich die eine an der Exetra gewählt und die Allianz ist momentan eigentlich eine relativ spannende, man sieht das hier, die DTP, Deutsche Terminbörse, relativ spannende Geschichte. Ich habe gestern schon mal so ein Beispiel gemacht, bei 2,23 aufgesetzt, also das ist jetzt schon ein Gewinn von 630, selbst bei 22 Prozent, was das Ding nach unten gefallen ist, im Gegensatz zu gestern. Okay, jetzt nochmal ganz kurz zur Erinnerung, wir geben hier einfach die ALV ein und dann kann man das nämlich hier suchen, Autolive, Autor, Allianz, Aktie und dann hat man hier im Endeffekt schon die Aktie drin stehen. Das mache ich ein bisschen nach unten, dass das ein bisschen weggeräumt ist, das Ganze. So, das kommt auch weg. Okay. So, wie gesagt, die Allianz wollen wir heute entsprechend einen Cash Secure Put drauf schreiben. Ich habe die Möglichkeit mit der rechten Maustaste auf dieses Kürzel drauf zu klicken und dann gibt es hier zwei Icons, einmal hier diesen Option Trader mit diesem Icon oder mit diesem Feld den Option Trader aufzurufen oder hier oben gibt es auch die Möglichkeit, also das ist völlig egal, was ihr da für einen Button drückt. Wir nehmen jetzt hier oben einfach mal den Option Trader hier oben. So, dann öffnet sich das Fenster. Falls ihr diese Anzahl von den Basispreisen, also man sagt auch die Strike Preises, nicht habt, das heißt also weniger, dann muss man das hier oben einstellen. Alle Basispreise kann man hier drauf gehen, dann hier alle anklicken und dann hat man nämlich hier komplett die ganze Option Chain, die ganzen Preise, die für uns unter Umständen relevant sein können, wenn wir tatsächlich sagen, wir wollen eine Aktie der Allianz in unser Depot reinholen. Jetzt aber nicht eine, sondern mit der Option sind das ja immer 100 Stück. Das ist ganz wichtig, dass man das immer wieder sich vor Augen hält, also das sind nicht eine, sondern das sind immer Packages von 100 Stück, eine Option, 100 Aktien. Okay, wir fangen hier oben an, 22 Tage, soll die Option laufen, ist meines Erachtens jetzt für den Augenblick alles wunderbar eingestellt. Man kann auch 57 Tage, das heißt also nach 57 Tagen würde die Option verfallen, wenn sie nicht vorher ausgelöst oder ausgeübt werden würde. Wollen wir jetzt aber nicht tun, sondern wir wollen jetzt 22 Tage, das sind drei Wochen. Wir haben einen aktuellen Kurs von 2,23,30. Das heißt also hier oben kann man das sich ansehen. Und wenn wir jetzt überlegen, okay, ich möchte die Aktie in mein Depot holen für und dann gehe ich hier in die Mitte auf die Basispreise und sehe mir das Ganze an, was für mich relevant wäre. Jetzt haben wir natürlich hier keine besonders guten Preise. 2,23, das wären 54, 2,15. Dann haben wir hier, also für 215 das Stück, 215 Euro pro Stück würden wir jetzt letztendlich uns 100 Stück einkaufen, wenn wir dahingehend die Option verkaufen. Verkaufen hier mit dem Roten und Blau ist Kaufen. Unrelevant, Blau vergessen. Rot wichtig. Rot, wir verkaufen die Option, um uns letztendlich dann für insgesamt 100 Stück, also sprich 21,500, diese Packages ins Depot holen zu wollen. Für 215 pro Aktie wäre für mich jetzt in Ordnung. Das heißt also, ich könnte mir vorstellen, die würde ich mir ins Depot holen wollen. Okay, wir gehen hier auf den 95, das heißt also 95, 95 Cent pro Aktie, pro Stück bekommen wir 100 Stück, also 95 Euro. 95 Euro ist jetzt zwar im Option Trader angegeben, aber wir haben hier auch bei unseren Optionen immer Geld und Briefkurse. Geld und Briefkurse haben wir ja in einem relativ großen Spread, das ist bei den amerikanischen Börsen eben nicht so. Deswegen ist die amerikanische Börse oder der amerikanische Markt letztendlich für den Optionshandel etwas mehr prädestiniert. Wenn man dann wirklich darauf einsteigen will, gibt es auch andere Software. Tastyworks ist zum Beispiel eines davon. Aber egal, das ist jetzt nicht das Inhalt des Videos, sondern Inhalt Video ist jetzt hier den Spread, beziehungsweise Optionen Cash Secured Put. Und da haben wir jetzt, wie gesagt, wollen wir Geld verdienen, dann nehme ich als erstes mal hier in den Limitkurs rein bei 104. Dann nehme ich die 104, man kann ein bisschen nach unten, also wir haben ja hier Mid-Price, das heißt also Mittelwert 95, das sind um die, ja macht immer ein bisschen mehr, also ich mache immer gerne ein bisschen mehr an, was ich einnehmen möchte. Das sind jetzt 100 Euro, die ich einnehmen könnte, wenn dann mein Fill kommt. Zeige ich euch gleich, was ein Fill ist. Es kann jetzt aber auch sein, weil ich dazu jetzt das gerade noch sehe, das eine, dass dieses Fenster hier aufpoppt, ist die Einstellung. Es ist aber auch bei manchen so eingestellt, dass hier eine Leiste kommt oder eine Zeile, die voreingestellt ist, das heißt also, dann muss ich dieses Fenster nicht ausfüllen, sondern dann ist es gleich hier oben drin. Das ist aber nicht schlimm, sondern hier Limitpreis eingeben, Gültigkeitsdauer machen wir immer Day, bei Optionshandel würde ich immer vorschlagen, nicht Girtail Cancel, also ein Dauerauftrag, sondern einfach für einen Tag Order weg. Das ist, das werdet ihr später feststellen, durchaus sinnvoll. Dann hier unten auf Annehmen und dann ist hier oben nämlich diese Zeile, die im Regelfall eben angenommen wird bei anderen oder bei manchen, der ist das dann entsprechend so voreingestellt. Wir haben hier oben alles nochmal stehen. Die Allianz Aktie Bayern 215er Put, Laufzeit bis 15. November. Der Geldbriefkurs hier zu sehen, One Day, also einen Tag an Laufzeit und hier oben ist der Limitkurs. Rechte Maustaste, Margin Performance Profil, können wir uns jetzt angucken, was passiert denn. Hier kann ich nochmal alles gegenchecken, was brauche ich dafür. Ich brauche einmal den Betrag, das wäre jetzt bei 100, wäre eine Ausführung, würde ich 100 Euro einnehmen. Des Weiteren brauche ich hier 3.628 Euro alleine, damit ich die Option überhaupt ausverkaufen kann, weil das ist eine Sicherheitshinterlegung. Das ist ein Margin Konto, das ist kein Cash Konto, sondern ein Margin Konto. Lest ihr dann einfach bei eurem Broker mal nach, den Unterschied zwischen Margin und Cash Konto. Margin Konto ist wichtig für Optionshandel, muss also kapitalisiert sein mit mindestens, wenn ich mir diese Preise hier angucke, mindestens würde ich persönlich sagen, mal 15.000 Euro wäre nicht schlecht, weil man eine gewisse Sicherheit hat vielleicht, wenn man das eine oder andere noch dazu handelt. Deswegen kapitalisiert das nicht bei so großen Werten, wenn ihr nehmt, also 223 Euro, 223 Euro pro Stück ist schon eine relativ große Aktie. Da gibt es auch kleinere, für kleine Kunden nimmt man im Regelfall eigentlich wie HPQ zum Beispiel, ist eine mit 17 Dollar oder zum Beispiel RDS, das ist Royal Dutch, die sind bei 26 Euro, kleine Werte einfach, aber das ist jetzt was anderes. Wenn man sich das aussucht, gibt es auch ein Video oder kann ich auch ein Video machen. Es geht jetzt darum, nochmal gecheckt zu haben, 3600 Euro, ich überschreibe das, übermittle das und wenn das hier auf grün geht, dann ist diese Order an der Börse letztendlich scharf geschaltet. Kann auch sein, dass momentan etwas weniger los ist oder dass einfach Mittagspause ist, was auch immer, warum die jetzt hier nicht hinterlegt wird. Wir haben jetzt 104, dann können wir ein bisschen nach unten gehen. Wir machen mal 99 hier, wenn ihr das ändert, das könnt ihr jederzeit ändern. Einfach da auf der normalen linken Maustaste reinklicken in das Feld, 99, aktualisieren und siehe da, wir haben das Grüne, hier grün, der Status, das heißt also, es ist jetzt die Option als Order an der Börse tatsächlich scharf geschaltet. Okay, das zum Thema, jetzt einfach mal hier die erste Order aufgesetzt, Cash-Secure-Put ist in dem Sinn jetzt erstmal tatsächlich schon verkauft. Wir gehen jetzt nochmal in unser Portfolio rein. Das ist von gestern gewesen. Offen habe ich jetzt hier tatsächlich diese Order, die ich gerade gemacht habe. Jetzt kann ich aber euch zeigen, wir haben jetzt 100, wir haben jetzt 95. Wenn ich jetzt auf 95 gehe, auf 95 Euro, würde ich die für den kleinsten Preis verkaufen, also für den niedrigsten Preis. Ist nicht meine Vorgehensweise, mag ich nicht gerne. Ich möchte meistens höchstmöglichst verkaufen an Optionen, weil es einfach, erstens mal, es sind gewisse volatile, also Schwankungen in den Preisen drin. Und wenn ich jetzt den kleinsten Preis nehme, das heißt immer, ich nehme am untersten Punkt und die Aktie ist ein bisschen am wegsacken, dann habe ich halt gleich ein größeres Minus, wie wenn ich jetzt diese Option für 104 verkaufe. Ist aber Geschmackssache, jetzt gibt es verschiedene Vorgehensweisen. Ich persönlich mache das immer mit dem höchsten Preis oder mit dem Mid-Price, der zwischendrin liegt, 102, würde ich jetzt eingeben. Aber ich will euch das jetzt zeigen, wie das Ganze funktioniert. Deswegen nehmen wir jetzt einfach mal hier den Geldkurs, der ist 95, aktualisieren und im Regelfall geht es dann eigentlich relativ schnell, dass die Ausführung kommt. Das Grüne bedeutet immer, die Order ist an der deutschen Terminbörse hinterlegt. Wir können auch einmal runter, weil wir, wie gesagt, wir haben... Order ausgeführt. Ich will euch das jetzt zeigen und das nicht warten, jetzt eine halbe Stunde, sondern ihr habt jetzt gesehen, Order ist ausgeführt. Wir gehen ins Portfolio, das heißt also, die Order steht jetzt hier drin. Ich habe jetzt diese Zeile, das brauche ich jetzt hier nicht. Die mache ich jetzt gleich mal, Zeile löschen, die mache ich weg, damit wir ein bisschen Ordnung drin haben. 2,23,50, das ist der Kurs, der unterlegt ist. 2,15, 2,20, jetzt habe ich praktisch zwei Puts schon drin. Einmal mit dem Strike Price von 2,15, einmal das Strike Price von 2,20. 2,20 haben wir hier ja schon mal heute Tagesgewinn von 81, 6,34 insgesamt ein Plus. Hier sieht man immer hier, das kann man sich entsprechend konfigurieren. Hier oben die Zeilen. Guckt euch das einfach jetzt mal hier an. Könnt ihr auch selber machen, wie ihr wollt. Das mache ich jetzt aber nicht, weil das würde den Rahmen des Videos absolut sprengen. Es geht jetzt einfach nur darum, wie habe ich sowas aufzusetzen, wie kann ich das aufsetzen, relativ einfach von der Sache her. Und wenn ich möchte, mache ich hier gleichzeitig noch meine Kauforder rein. Wir haben ja nochmal zum Verständnis, verkauft, Prämie bekommen. Ich muss das Ding jetzt wieder zurückkaufen. So, jetzt das gleiche Spiel. Jetzt machen wir hier nochmal zum Verständnis. Anklicken, rechte Maustaste. Ich kann jetzt verschiedene Möglichkeiten hier aufrufen. Einmal überkaufen, einmal überschließen. Besser ist es, vielleicht am Anfang überkaufen zu gehen. Dann poppt dieses Fenster wieder auf. Und wir haben ja jetzt verkauft für 94, 95 und wollen ja letztendlich wieder günstiger zurückkaufen. Das heißt, um mal so über Pi mal Daumen zu gehen, über den Daumen gepeilt, dass man dann zwischen den 95 und 104 in der Mitte, also 50 Prozent, vielleicht 60 Prozent mitnehmen. Dann sind wir bei 50, bei 45. 45 Euro wollen wir das Ding hier wieder zurückkaufen. Ja, verkauft, habe ich es für 100, zurückkaufe ich für 45, während 55 dann an Gewinn. Allerdings hier, Achtung, jetzt hier tatsächlich die Go Till Cancel einstellen, weil ich will ja nicht jedes Mal aufs Neue irgendwelche Orders reingeben, wenn ich die dann habe, sondern die soll ja festbleiben. Dann muss ich mich auch nicht mehr um das Ding so sehr kümmern, weil die dann letztendlich so drin steht. Okay, annehmen, wie gesagt, die Zeile poppt ihr auf. Ich kann das nochmal alles kurz checken. Go Till Cancel, alles in Ordnung. Limitpreis 45, übermitteln. Dann kommt hier nochmal mein Check. Wir kaufen eine Option. Das heißt, also ich kaufe das Ding zurück, dann bekomme ich, bezahle ich 45 Euro für die Option. Hier ist dann die Veränderung wieder minus, hier wichtig, minus 3616. Das heißt also, es wird letztendlich dann die Belastung von meinem Account wieder weggenommen, wenn ich dann die Option zurückgekauft habe. Also die Margin, die Sicherheitsleistung ist dann weggenommen vom Konto. Und das war es. Also das war die ganze Geschichte. So kann man dann ein Cash Secure Put aufbauen. Und der Sinn und Zweck, wie gesagt, ich will für 2015 im besten Fall vielleicht mir die 100 Stück einbuchen lassen. Kann ich jetzt machen, wenn ich das will. Ich kann natürlich auch, wenn ich hier mit dieser Order 45, 55 Euro vereinnahmen. Das ist einfach der Gewinn. Da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Ich kann das einmal eben auf den Options, auf die Prämieneinnahme auch sein oder wirklich auch sagen, okay, mir ist das egal. Ich lasse die tatsächlich bis zum 15. November laufen und lasse sie verfeilen. Nimm dann die kompletten hier, die kompletten 92, 92 oder 93 in dem Fall, 92, 93 Euro tatsächlich dann ein. Die sind dann meine auf meinem Konto. Das muss man natürlich für sich jetzt selber entscheiden, welche Strategie das man machen möchte. Aber es ging ja jetzt einfach bei dem Video um das Aufsetzen technisch in der TWS. Wie mache ich die Rückkauf-Order? Und das war es in diesem Sinne schon zu der ganzen Geschichte. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren, beim Nachmachen. Vielleicht macht ihr das ja auch mal mit dem Paper Trade Konto einfach zum Checken. Und dann hoffe ich doch, dass ihr euer Live Konto dazu nehmt und einfach tatsächlich schon mal die ersten Aktien über so ein Cash Secure Put euch reinholt. Gut, in diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und bis dann, euer Stefan van Hagen.